Guck mal im Himmel. Was ist ein Bug? Ah shit, Alter. Ich weiß nicht, ob der drauf ist, der Bug. Vielleicht macht der Bug. Jetzt hat man keine Referenz auf der Kamera. Das rafft man ja nicht. Ey, das ist total verbuggt, die Scheiße. So ein Dreck, ne? Der fliegt total auf der Stelle. Sollten wir echt mal patchen. Oh, peinlich, als ob Vögel so fliegen würden. Doch, jetzt ist wieder. Ne, ist wieder. Ist wieder gefroren. So eine Scheiß-Engine, Alter. Richtige Grütze. Was? Ah, jetzt geht's, jetzt. Jetzt haben sie ihn, glaube ich. Jetzt hat er es geschafft. Na gut, das ist... Ja, das ist dann wieder sehr gut. Jetzt mach hier die geile Scheiße. Jetzt die Sonne weg. Mach den Abaddon. Deine Haare noch schnell wachsen lassen. Toll. D στα, mertsan. Wie soll der Arbeit machen?